einen wunderschönen guten morgen heute wird es ein ganz ganz kleines bisschen anders als sonst weil ich das sonst nicht mit meinem gewissen vereinbaren kann was hier abläuft aber ich beginne mal normal rt deutsch asien aserbaidschan armenien russland zu trilateralen gesprächen im kreml das war ja angekündigt und wir haben sich also darauf geeinigt dass sie bis zum 30 januar eine arbeitsgruppe einsetzen werden die sich damit befasst was da jetzt zu klären ist das ist soweit so vernünftig und wird man schauen was dabei rauskommt die tagesschau kuba wieder auf der us-terrorliste und neue sanktionen also obama hatte ja am ende seiner amtszeit also 2015 nicht ganz am ende seiner amtszeit aber in seiner zweiten amtsperiode gegen ende der gesamten achtjährigen zeit hingehend das sozialistische kuba so wird es bezeichnet ist nicht mein wort steht hier bei der tagesschau von der staatenliste der terrorunterstützer gestrichen hat ihn aber bedingungen genannt genannt laut der welt heißen diese bedingungen kuba möge seine unterstützung für terroristische gruppierungen einstellen laut dem us-außenministerium ist das aber bis heute nicht geschehen so unterstützen sie weiterhin lateinamerikanische und afrikanische und europäische terrororganisationen und sind auch in wahlen eingemischt gewesen und das ist also für die us-vertretung nicht vertretbar daraufhin haben sie sich wieder auf die liste gesetzt das halte ich für sinnvoll und da hat man also einen fehler behoben her beiden hat gleich gesagt er wird am kurs von obama festhalten ist also eine politische agenda als dass das irgendeinen richtigen gegenstand hat die tagesschau demokraten leiten verfahren ein resolution zur absetzung trumps eingereicht war angekündigt und ist auch ungefähr so wie es angekündigt habe der pens hat jetzt zeit bis heute um sich da direkten kopf zu machen hat aber im prinzip schon gemacht gesagt dass er das nicht machen wird daraufhin werden die sich dann zusammensetzen da wird nicht so viel herauskommen können weil einfach die mehrheitsverhältnisse nicht passen das sagt sogar die tagesschau und selbst wenn würde es also nicht vor dem 20 januar verabschiedet werden es ist also eher so dass es jetzt darum geht ein exempel zu statuieren und ihnen nachträglich also auch davon abzuhalten sich nochmal zur wahl zu stellen dieses exempel geht im prinzip schon an der stelle schiefe frau pelosi nicht mal anwesend ist als sie das einreicht sie war auch ohne abmeldung abwesend aber hat eine vertretung bestimmt die hat das verfahren in ihrem sinne eingereicht ist ja im prinzip auch nicht weiter schlimm man kann immer weg sein man kann aber da auch eine menge rein interpretieren genau wie diese kuba sache kann man auch eine menge rein interpretieren guantanamo und co halte ich alles für unhaltbar im moment aber man kann wenn man das denn möchte die welt donald trumps letzte tote hinrichtungen in den usa erzählt die welt also dass es immer noch todesstrafe in den usa gibt und dass die jetzt dann endlich abgeschaltet werden wird wenn beiden dann die macht kommt das halte ich für ein gerücht und sie haben auch schlecht recherchiert es ist eigentlich eher so dass sie jetzt wieder richtig todesstrafe haben sie hatten sie ja noch ein paar bundesstaaten und trump hat sie einen im letzten jahr wieder zur chef sache erklärt und sie sogar auf landesebene wieder eingeführt also eigentlich ist es ja genau der entgegengesetzte vorgang es sind donald trumps erste tote so richtig also hat natürlich schon ein paar aber viele sind viele sind es gar nicht sind jetzt irgendwie hat er glaube ich 21 auf den ersten rutsche davon sind aber noch nicht mal drei hingerichtet naja irgendwie so in der richtung liegt das also die welt hat hier völlig überdramatisiert ebenfalls in der welt merkel findet trumps twitter sperrung problematisch das ist relevant der herr seibert hat sich da geäußert bei der bundespressekonferenz zitat das grundrecht auf meinungsfreiheit ist ein grundrecht von elementarer bedeutung so sagte herr seibert am montag in berlin in diesem dieses grundrecht kann eingegriffen werden aber entlang der gesetze und innerhalb des rahmens den der gesetzgeber definiert nicht nach dem beschluss der unternehmensführung von social media plattformen unter diesem aspekt sehe die kanzlerin es als problematisch an dass die konten des us-präsidenten dauerhaft gesperrt worden sein das würde ich mal als kleinen richtungswechsel interpretieren und dann wird es auch schon absurd kultur teil der welt volker beck und heiko maas sehen nazis wo keine sind geht mir auch so wenn ich die beiden angucke ansonsten entzieht sich der inhalt dieses artikels komplett meinem verständnis die welt wissen rki daten fast nur noch kovid andere krankheiten in pandemie seltener geworden ja das war mal eine verschwörungstheorie ist jetzt nicht mehr ganz so wie mir scheint wird sich auch noch dass meine behauptung von gestern bestätigt wird nicht einmal 300 im labor bestätigte influenza fälle sind seit saison beginn im herbst bundesweit gemeldet worden oder mit anderen worten wie das rki gestern errechnet hat 35 prozent weniger als sonst die zuschauer verachtung der tagesschau so ein meinungsartikel in rt deutsch statt sauber recherchierter information kügelt ard aktuell ihre doppelmoral übers publikum hauptsache ihre primitiven feindbilder wirken das führt zu gewaltigen mentalen schäden in der bevölkerung die für diesen spaß auch noch bezahlen darf zitat ende ja und ich denke an dieser stelle macht man das vielleicht doch einfach nur noch als überblick weil das kann man eben nicht vortragen hier treffen einen also überschriften wie wir sehen nur einen teil der weiblichen aggressivität wir sehen auch nur einen teil der politischen aggressivität und der menschlichen dämlichkeit offensichtlich meiner entfernen empfinden nach aber mit solchen titeln muss man hier irgendwie sich momentan rumschlagen arnold schwarzenegger vergleicht sturm auf kapitol mit reichskristallnacht schwarzenegger guck dir mal deinen vater an und dann reden wir noch mal darüber nach kapitolsturm in washington kinder denunzieren ihre eigenen eltern kein witz die trinkwasser aufbereitung wird zum kostenproblem ja panik wo man hinsieht ohne impfung kein gehalt zahnarzt droht belegschaft und wird angezeigt sehr lustig priorisierung bei impfungen rechtswidrig und damit nichtig allen vertrauen kassenärztliche vereinigung lehnt wahl des impfstoffs ab hier werden also generelle lösungen getroffen das heißt wir dürfen auf keinen fall irgendwas priorisieren wir dürfen auf keinen fall eine generelle lösung für impfstoffe machen wir auf keinen fall eine wahl des impfstoffes machen brauchen hier eine generelle lösung egal womit ihr geimpft hauptsache ihr werdet geimpft wirtschaftsverband lehnt rechtsanspruch auf home office ab ihr müsst arbeiten egal wie urlaubsreisen wohl erst ab pfingsten ihr müsst im lockdown bleiben egal wie österreich will schulöffnungen ermöglichen kinder sollen sich selbst testen wie soll ich darüber irgendwie berichten ohne also was so der ethikrat soll über impfpflicht nachdenken das ist derselbe ethikrat der vor ein paar wochen empfohlen hat ungeimpften den zugang zur medizinischen versorgung zu verwehren herr söder sie brauchen medizinische unterstützung stationär dazu passend hat herr kubicki den herrn söder wegen dieser geschichte attackiert und sagte gottschütze bayern und uns vor söder ja herr kubicki schon zum zweiten mal in dieser woche eine gute aussage die insa politische stimmung kaum verändert führende regierungspartei bleibt stärkste politische kraft ja trauer keiner statistik nicht selbst gefälscht hast so kann der frauenfaktor über den cdu vorsitz entscheiden wir erinnern uns an der cdu kämpfen drei männer um den vorsitz ist ein geiler artikel die spitze der frauenunion fühlt sich von märz nicht ernst genommen so dann ein untertitel in diesem artikel könnt ihr gerne versuchen zu lesen mir gelingt das nicht mehr gut muss ich zugeben bestehe nur noch mit kopfschütteln davor überfüllte strände in südamerika um ehrlich zu sein brasilianer können nicht lange zu hause bleiben da gibt es jetzt bilder von als wäre es wie immer gibt es offensichtlich kein corona und dann kommt noch so ein ding corona als generalprobe für die klimakrise kann man ja mal kurz drüber nachdenken nun hat also auch der one planet summit stattgefunden das ist ein klimagipfel von der un und ihr das muss gehandelt werden und das haben sie in einem saal gemacht in marseille in dem also was sind das auf fünf quadratmeter ein kronleuchter mit wahrscheinlich 100 kerzen also elektronischen kerzen hängt das ist auf jeden fall genau die richtige umgebung für so ein one planet summit wo man also jetzt für energieeinsparungen und klima wirbt da haben sie offensichtlich richtig zu ende gedacht greta thunberg hat das auch alles kommentiert mit bla 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 und ist also nicht so ganz zufrieden ich ziehe immer aus der welt dazu deutschland verpflichtet sich bis 20 30 jeweils 30 prozent der land und meeresflächen unter schutz zu stellen die eu hatte vor einigen monaten das 30 prozent ziel schon für die gemeinschaft der 27 staaten festgelegt macron kündigte an frankreich wurde das gesetzte ziel bereits im kommenden jahr einhalten das ist aber zu 100 prozent die agenda 2030 nur damit irgendjemand das mal in zahlen sieht 30 prozent der land und meeresfläche als schutzgebiet in deutschland ja das ist eine ganze menge dann geht es genauso absolut weiter union und spd einigen sich auf kinderrechte kommen ins grundgesetz veröffentlicht in der tagesschau das war das was ich angedroht hatte vor ein paar wochen das ist jetzt tatsächlich wahr geworden die formulierung folgendermaßen zitat die verfassungsmäßigen rechte der kinder einschließlich ihres rechts auf entwicklung zu eigenverantwortlichen persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen das wohl des kindes angemessen zu berücksichtigen die verfassungsrecht der verfassungsrechtliche anspruch von kindern auf rechtliches gehör ist zu wahren die erstverantwortung der eltern bleibt unberührt hier fehlt jegliche richtige definierung von eigenverantwortlich angemessen oder was auch immer also hier ist gar nichts definiert das ist ein riesengroßer haufen scheiße das ist auch schon von mehreren juristen zerrissen worden problem ist dass diese pedo agenda davon zu 100 prozent getragen wird hatte ich angekündigt ist leider eingetreten dann geht es um den flughafen ber ber um uns mal lustigen themen zuzuwenden es gibt also zahlreiche arbeitsunfälle durch stromschläge am flughafen ber also also von rt deutsch und der welt und auch noch von anderen medien veröffentlicht also es ist natürlich eigentlich nicht lustig dass da jetzt über 60 unfälle stattgefunden haben die auch tatsächlich eine medizinische versorgung brauchten teilweise eine notaufnahme aber ich ziehe mal rt deutsch den header die geräte der passagierkontrolle geben elektrostatische ladungen ab seit dezember 2020 ereignen sich über 60 unfälle am flughafen ber mehrere mitarbeiter mussten per rettungswagen ins krankenhaus gebracht werden verdi fordert eine stilllegung des betroffenen terminals also die flughafenaufsicht ist nicht mal selbst in der lage eine maßnahme zu ergreifen unterstehen tun diese dinger interessanterweise der bundespolizei die bundespolizei rät also jetzt zu maßnahmen zitat aus der welt und jetzt bitte hinsetzen eine sprecherin der für die geräte zuständigen bundespolizei erklärte die behörde habe nach eingang entsprechender hinweise am 12 dezember unverzüglich maßnahmen ergriffen laut einem sachverständigen gutachten entsprechen alle anlagen den gültigen normen und anerkannten regeln der technik daher empfiehlt die bundespolizei als mögliche gegenmaßnahme die nutzung arbeitsfähiger böden sowie achtung regelmäßiges feuchtes zwischen des fußbodens auch eine veränderung der bekleidungsmaterialien des bundespersonals sei gegebenenfalls in erwägung zu ziehen so die sprecherin gegen strom ich finde auch die sollten dringend leidfähigere materialien tragen damit hier mal ausgefegt wird krass die welt wissen wissen schafft philosophische gesellschaftslehre eine kosmische fontäne so stirbt eine galaxie ein bild von einem abstrahierten spermium würde ich sagen mit einer mini explosion drin das ist alles 100 prozent cgi aber ist ja nicht weiter schlimm es geht also um die neun milliarden lichtjahre entfernte galaxie die 2299 die verliert riesige mengen an materie gas schießt über eine fontäne ins all sieht aus wie in spermium wie gesagt zitat forscher haben erstmals den beginnenden sterbeprozess einer galaxie beobachtet die zufallsentdeckung mit einem teleskop der europäischen südsternwarte stellt die bisherige theorie vom altern der galaxien in frage auch galaxien riesige ansammlungen von sternen im universum verändern im laufe der zeit ihre dynamik und altern gleichsam astronomen bezeichnen eine solche sternen insel als sterbend wenn sie keine neuen sterne mehr gebärt kurz drüber nachdenken die können also in einer galaxie sehen wenn die aufhört neue sterne auf die welt zu bringen aber ihr findet kein virus ich verstehe nur kurz zu der theorie dass man andere galaxien sehen kann von der erde ausgehend ja also die erde dreht sich mit einer geschwindigkeit von 1670 km h um die erdachse in ihrem theoretischen universum ebenfalls dreht sich die erde um die sonne mit einer geschwindigkeit von 108 000 km h also 18 108 1000 km h um die sonne ebenfalls kreiselt die milchstraße und die sonne dreht sich demnach um den milchstraßen kern mit einer geschwindigkeit von 792 km h die milchstraße wäre jetzt so eine galaxie wie die die wieder beobachten und wir können zugesehen wie die bei 800 km h eigen rotation und selbst rotation der sonnensysteme und der planeten nicht mehr irgendwas auf die welt bringt das realistisch aber die milchstraße dreht sich auch nämlich um das galaxie zentrum oder um irgendwas anderes was auch immer und das macht dann sagt sie damit über zwei millionen km h wenn man das jetzt kumuliert weil ja diese geschwindigkeit miteinander in einem verhältnis stehen müsste man das miteinander multiplizieren wer glaubt dass er bei einer geschwindigkeit die die erde selbst und die erde um die sonne und die sonne um die milchstraße straße oder die sonne in der milchstraße tun von also mindestens mal 800.000 km h dass der da einen sternen himmel nachts beobachten kann mit stillstehenden sternen und dieser sternen himmel schon seit seiner geburt immer gleich aussieht und sich quasi nur ein bisschen verschiebt am firmament bis dann wieder hell wird und dann sieht er wieder den gleichen sternen himmel dem kann ich nicht helfen ich wünsche einen wunderschönen tag und ich hoffe dass wir morgen wieder richtige nachrichten kriegen